Und auf zu einer neuen Jagd Herzlich Willkommen Ja hallo wie gehts euch Bist du denn? Ja genau Ich dachte ich spiele alleine Ja Oh ja gleich Hier kommen wir gleich an hier mit ihren komischen Fackeln Oh Alter wie viel Na jetzt ist aber Ruhe hier Oh das ist richtig Ich muss erstmal gucken wo wir überhaupt lang müssen Ist mal wieder eingerufen hier Ja Genau hier müsste das sein Ich stell mal schnell so ne Bärenfalle unter die Leiter Mach mal Ja Tut mir leid Sehr gut Sehr gute Arbeit Ja 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 Oh ja Ja Oh Ja Ja Jetzt Jetzt Kürzt müssen wir dein Dings Ne ach egal Konzentrieren wir uns auf unsere Sachen Ja Genau Genau Lass mal die Döden in Ruhe Genau Das ist auch ein bisschen bushy Ich brauch so ne Heckenschede oder so Ja 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 Alles klar Er hat mich Weißt du nicht Weißt du wo? Ja rechts von mir irgendwie Aber ich hab ihn nicht gesehen Ich müsste ziemlich nah dran gewesen sein also So wie ich da liege entweder vermutlich von rechts oder von links Bist du da hinter der Wand? Ja ja genau ich bin da Ja Ich wollte da so lang schleichen Ah von rechts Ach scheiße Aber das ist ein anderer oder so Das war ja jetzt nicht schlecht Ja Auf jeden Fall